Ein herzliches Willkommen von uns beiden aus München zu einem ganz besonderen Thema, Hausfrauen, ran an die Immobilie. Eingangs ein kurzer organisatorischer Hinweis über den F&A-Bereich haben Sie die Möglichkeit, während der gesamten Zeit Fragen zu stellen, die in den letzten 15 Minuten nutzen wir dafür, um Ihre Fragen zu beantworten. Hausfrauen, ran an die Immobilie. Ein Herzensthema. Eingangs möchte ich Ihnen gerne erzählen, wie der Vortrag heute zustande kam. Franzi und ich durften im Januar zusammen mit unserer Vorständin Miriam Mohr einen tollen Abend erleben. Wir haben sehr viel Zuspruch bekommen und sehr viel gutes Feedback bekommen und daher wollen wir genau diesen Vortrag wiederholen. Miriam hatte im Rahmen ihres Frauennetzwerkes dazu eingeladen und wir haben uns super gefreut über die Lorbeeren und die Impulse im Nachgang. Kurz zu uns und damit, Franzi, magst du starten? Sehr gerne. Vielen Dank, Brigitte. Wie es Brigitte schon sagte, unsere Mission Female startete quasi im Januar mit dem gemeinsamen Abend. Auch ich habe das sehr, sehr angenehm empfunden. Wir haben tolle Frauen kennengelernt, die einfach auch hier ganz offen über ihre Erfahrungen mit der Baufinanzierung gesprochen haben und ich war hier einfach dabei als Vertreterin der Praxis. Ich bin Franziska Zoldan, bin hier am Standort in München im Prolongationsmanagement als Seniorfinanzierungsberaterin eingesetzt. Ich zähle fast acht Jahre Interhüp und insgesamt sogar zwölf Jahre Baufinanzierung zu meiner beruflichen Erfahrung und die letzten Jahre habe ich halt vorrangig dafür genutzt, mich für Anschlussfinanzierung und Kapitalanlagen zu spezialisieren. Brigitte, bitte. Ich bin Brigitte Wendt. Ich bin jetzt seit über 19 Jahren hier bei der Interhüp, darf in diesem Jahr mein 20-jähriges Jubiläum feiern, bin seitdem in der Baufinanzierungsberatung tätig und sitze hier am Standort München, aktuell als Teamleiterin verantwortlich für ein Team von Finanzierungsberaterinnen und Finanzierungsberatern. Und ja, ich möchte heute die Mission gerne weiter fortführen, die Mission Mut zu machen, Frauen Mut zu machen, sich mit Finanzthemen wie Altersvorsorge, Kapitalanlagen, Immobilienfinanzierung zu beschäftigen. Ich steige ein in ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Gaps, wohin man blickt. Auch heute noch gibt es viele Gaps zwischen Männern und Frauen finanzieller Natur. Die wohl bekannteste Gap ist die Gender Pay Gap. So verdienten im Jahr 2023 Frauen 18 Prozent weniger pro Stunde als Männer. Die Gender Care Gap sagt etwas aus über die unbezahlte Sorgearbeit. Frauen leisten 52 Prozent mehr Care Arbeit als Männer. Das sind anderthalb Mal so viel. Die Gender Pension Gap sagt etwas aus über die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen. Und Frauen verdienen im Alter ein Drittel weniger als Männer. Das heißt, die Altersvorsorgebezüge sind deutlich niedriger. Zur letzten Gap für heute, das ist die Gender Lifetime Earnings Gap, sagt aus, dass Frauen im Laufe ihrer Erwerbstätigkeit nur knapp 50 Prozent von dem Einkommen ansammeln als Männer. Gäbe es, wohin man blickt und da hört das Problem noch gar nicht auf. Was meine ich damit? Frauen wählen oft schlechter bezahltere Berufe als Männer. Es gibt auch heute noch verfestigte Rollenbilder, sodass Mädchen keine Berufe wie Ingenieurin, Informatikerin oder Managerin wählen. Also typische hochbezahlte, männlich belegte Berufe, sondern fassen eher Fuß in betreuenden oder pflegenden Berufen. Frauen wenden mehr Zeit auf für Kindererziehung, wenden mehr Zeit auf für die Pflege von Angehörigen, reduzieren entsprechend ihre Arbeitszeiten, gehen in Teilzeit, nehmen Gehaltseinbußen in Kauf und das führt dazu, dass sie deutlich weniger in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Auch vom Typ her sind Frauen insgesamt zurückhaltender, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht, dass das auch im Alltag spürbar. Bei dieser Faktenlage stellt sich die Frage, Frauen und Investieren, passt es eigentlich zusammen? Und es passt an sich ganz gut. Frauen investieren erfolgreicher, fahren bessere Renditen ein und haben bewussteres Risikomanagement. Das belegen auch Studien. Und gleichzeitig gibt es bei Frauen eine weit verbreitete Scheu, sich mit Themen wie Kapitalanlagen, Renditen oder gar Zins und Tilgung zu beschäftigen. In unserer Gesellschaft ist es aktuell einfach noch nicht üblich, dass sich Frauen um Kapitalanlagen kümmern und vor allem auch der Immobilienmarkt schreckt viele Frauen ab und deshalb wohl Immobilien eine wichtige Säule in der Altersvorsorge darstellen. Im Jahr 2023 haben gerade einmal 11 Prozent Frauen alleine eine Immobilie finanziert. Demgegenüber stehen 19 Prozent allein finanzierende Männer und der große Anteil mit 70 Prozent geht auf das Konto von Paaren zurück. Wählt man diese Statistik und wertet alleine die Zahlen für Kapitalanleger aus, also Anteil an vermieteten Objekten, ist die Differenz zwischen Männern und Frauen noch größer. Wir brauchen also mehr Frauen, die den Schritt in die eigene Immobilie wagen. Aber warum nun eigentlich die Immobilie als Investition? Die Immobilie ist eine inflationsgeschützte Anlageform. Nutzen Sie die Immobilie selber zur Eigennutzung, ermöglicht Ihnen das, mietfrei zu wohnen. Vermieten Sie die Immobilie, generieren Sie eine zusätzliche Einnahmequelle, Sie haben Mieterträge und beides führt in Folge zu mehr finanzieller Unabhängigkeit. Es gibt aktuell viele Indikatoren, die auch den Wert von Immobilien nach oben treiben. Hohe Mietpreise oder auch steigende Mietpreise. Wir haben stetigen Anstieg in der Bevölkerung, vor allem auch in städtischen Gebieten und auch der Neubau von Wohnungen stockt. Es gibt dann Mangel an Baugenehmigungen. Immobilien sind auch im Gegensatz zu Aktien oder Anleihen greifbare Güter, über die Sie selber mehr Kontrolle haben. Sie können bei einer Immobilie hinsichtlich Ausstattung, Lage, Infrastruktur vieles selbst entscheiden. Und das ermöglicht es Ihnen, mehr Einfluss selbst auf den Erfolg Ihrer Investition zu nehmen. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt, um in eine Immobilie zu investieren? Und ist 2024 überhaupt ein guter Zeitpunkt dafür? Und da taucht jetzt Franzi mit Ihnen gerne zusammen tiefer ein in den Zins- und Immobilienmarkt. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Brigitte, für deine bisherigen Ausführungen. Ja, wie es am Anfang schon hieß, gäbe es, wohin man schaut. Also es ist natürlich auch ein bisschen erschütternd, wie viele Unterschiede es zwischen uns Frauen und den Männern in vielen Bereichen gibt. Gerade diese Woche am Mittwoch beim Equal Pay Day wurde es uns ja auch noch mal ganz genau vorgerechnet, wie viel weniger wir als Frau verdienen für vergleichsweise gleiche Jobs. Und trotzdem hat man uns gestern am Weltfrauentag in den sozialen Medien gefeiert ohne Ende. Und ganz ehrlich, das mag ich aufgreifen. Lassen Sie uns feiern, dass wir mit am Markt sind und mitmischen wollen. Und natürlich mögen wir auch die Frage beantworten, ist 2024 ein gutes Jahr für den Immobilienkauf? Ich habe noch mal einige Informationen mit dabei, die wir irgendwo auch so ein Stück weit neutral betrachten können. Und wir starten einfach noch mal mit dem Blick auf die Zinsentwicklung. Wenn ich mal so den Beginn meiner beruflichen Karriere betrachte, ist halt schon fast ein Vierteljahrhundert her. Da waren sechs bis acht Prozent Baufinanzierungszinsen völlig normal. Das hat keinen aus der Ruhe gebracht. Es wurde trotzdem finanziert und es wurden trotzdem Immobilien erworben. Blicken wir jetzt mal auf die letzten zehn Jahre zurück, sind wir natürlich total erfolgsverwöhnt gewesen, denn die Niedrigzinsphase hat es einfach vielen Menschen ermöglicht, sich den Traum von Immobilien zu verwirklichen. Sei es, um selber einzuziehen oder auch um in Kapitalanlagen zu investieren. Gucken wir jetzt mal auf die letzten zwei Jahre zurück, kannte der Zinsmarkt natürlich nur noch eine Richtung, steil nach oben. Und hier sehen wir natürlich auch in dieser Zinskurve, im Herbst letzten Jahres hatten wir den Höchststand seit zehn Jahren. Und ganz ehrlich, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Die Baufinanzierungszinsen für zehnjährige Finanzierungen waren jetzt zwischenzeitlich bei über vier Prozent angelangt. Und das treibt natürlich viele an die Grenzen der Leistbarkeit. Was wir aber auch schön sehen konnten im Herbst, und der Carsten hat es zwischenzeitlich auch noch mal erläutert, waren einfach auch die Zinsentwicklungen seitdem. Wir haben in wenigen Wochen bis zu 0,8 Prozent an Zinsen verloren. Wir sind ins Jahr mit 3,4 Prozent Zinsen gestartet und haben jetzt nach leichten Korrekturen eine 3,6 ungefähr erreicht. Und das macht natürlich unheimlich viel aus. Was dürfen wir nicht vergessen? Auch die Nachrichtenlage wird weiterhin dafür sorgen, dass Zinsen schwanken. Und wenn wir jetzt natürlich langfristig schauen, sehen wir wieder eine Niedrigzinsphase am Markt für 2024 aktuell tatsächlich nicht. Und woran machen wir unsere Zinseinschätzung fest? Wir sprechen natürlich auch regelmäßig mit Banken, die uns auch für unser monatliches Interhipp-Zinspanel zur Verfügung stehen. Und auch hier ist die klare Meinung im Moment, dass wir in diesem Jahr Zinsschwangungen von 3,5 bis 4 Prozent sehen werden. Aber was genau macht dieser Zinsunterschied denn eigentlich aus? Und dafür habe ich jetzt auf jeden Fall ein Beispiel für Sie mitgebracht. Wir gehen mal aus. Wir brauchen eine Baufinanzierung in Höhe von 300.000 Euro. Wir legen die Zinsen für zehn Jahre fest und wir starten mit 2 Prozent Anfangstilgung. Und hier in dieser Übersicht ist einfach ganz klar hervorgehoben, wie viele Zinszahlungen mache ich denn bei einem Zinssatz von 4,3 Prozent in den zehn Jahren? Das sind über 115.000 Euro. Nutze ich das jetzige Zinstief, was sich aktuell entwickelt hat, sind es gerade mal knapp 96.000 Euro. Rein an der Zinsecke kann ich also hier in zehn Jahren satte 19.000 Euro sparen. Und das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer. Auch wenn ich an der Stelle wirklich noch mal auf die monatlichen Kosten schaue, habe ich bei einem 4,3-prozentigen Baufinanzierungszins monatlich 1.575 Euro Rate zu zahlen. Bei 3,6 Prozent sind es gerade mal 1.400 Euro. Die monatlichen 175 Euro Unterschied in der Rate sind auf zehn Jahre auch 21.000 Euro. Und ganz ehrlich, meine Damen, ich wüsste mit dem Geld was Besseres anzufangen, als es herzuschenken. Also ganz klar unsere Empfehlung. Nutzen Sie im Moment dieses Zins tief aus. Also Kaufinteressierte mit einer konkreten Immobilie oder auch Eigentümer, die einfach schon kurz vor Ende ihrer Zinsbindung stehen, sollten die jetzige Zeit nutzen und im jetzt günstigen Zeitfenster einfach ihre Finanzierungen festzuholen. Wir haben natürlich auch noch andere Gründe, warum dieses Jahr ideal sein kann für den Kauf einer Immobilie. Wir als Interhub beschäftigen uns tagtäglich mit Baufinanzierung. Das erlaubt uns auch so ein bisschen den Blick auf die Preisentwicklung. Und wir haben wir uns einen Interhub Immobilienpreisindex angeschaut über einen langen Zeitraum und sehen natürlich hier ganz klar, die Immobilienpreise sind gesunken im vergangenen Jahr. Wir hatten im Mai 2022 den absoluten Höchststand und seitdem konnten wir natürlich auch erkennen, wie stark die Preise zurückgegangen sind. Wir haben ja im letzten halben Jahr einfach auch eine gewisse Verstetigung der Immobilienpreise. In manchen Regionen steigen sie sogar schon wieder an. Also gerade wenn wir uns hier die Metropolen mal anschauen, ist Leipzig zum Beispiel als klare Siegerin zu erkennen, denn bei ihr hat der Preisanstieg der Immobilien schon viel früher wieder angefangen. Aber es ist natürlich einfach auch ein neues Gleichgewicht zu erkennen. Und es ist auf jeden Fall wichtig, es lohnt sich hinzuschauen bei den Investitionen. Welche Region oder auch welche Stadt passt gut zu mir? Wo mag ich investieren? Mag ich dort selbst wohnen? Oder ist vielleicht eine Kapitalanlage eine mögliche Investitionschance? Und dann haben wir natürlich den Punkt, dass wir einfach bei Kapitalanlagen auch schauen sollten, passenden Kaufpreis und die mögliche Mietentwicklung am Markt zusammen. Mietentwicklung haben wir auf jeden Fall später nochmal als Thema. Aber als nächstes mag ich einfach auch nochmal auf die Bestandsimmobilien mit Ihnen gemeinsam schauen. Denn hier haben wir auch einen klaren Preistrend. Also auch hier sehen wir gut den Preispik im Frühjahr 2022. Ungefähr Mai ist es gewesen. Und seitdem haben wir uns natürlich auch nochmal genauer angeschaut, wie denn die Preise sich in den unterschiedlichen Energieeffizienzklassen entwickelt haben. Vorteil ist, dass immer mehr Banken genau das wissen wollen, dass wir also in der Beratung immer öfter auch nach den Energieausweisen fragen und so uns einen guten Überblick verschaffen konnten. Denn ganz ehrlich, Bestandsimmobilien in den Energieeffizienzklassen C bis E haben im letzten Jahr zeitweise sogar sieben Prozent unter den Angebotspreisen den Eigentümer gewechselt. Inzwischen haben wir uns hier bei knapp vier Prozent eingependelt. Noch stärker sind die Preisunterschiede tatsächlich bei den noch geringeren Energieeffizienzklassen. Also F, G, H Immobilien, wo wirklich was getan werden muss. Hier ist es nach wie vor noch so, dass wir mit ungefähr 4,5 Prozent Spielraum in die Preisverhandlungen gehen können und tatsächlich diese Werte einfach bei den Verkaufspreisen dann deutlich unter den Angebotspreisen liegen. Also was will ich damit sagen? Es sollte einen keine Angst machen, eine Bestandsimmobilie zu erwerben. Aber wichtig ist, dass man gut vorbereitet ist. Setzen Sie sie also frühzeitig mit Experten zusammen, mit Energieeffizienzexperten oder Gutachten, Gutachtern, die Ihnen einfach auch einen Überblick geben können, welche Modernisierungen sind für die Immobilie möglich? Welche sind auch nötig? Wo liegt ungefähr der Preis dafür? Und ganz ehrlich, es gibt staatliche Förderungen. Auch darüber sollte man sich frühzeitig informieren. Und genau diese Informationen sollten Sie dann im nächsten Schritt für die Kaufpreisverhandlungen nutzen. Aber ich habe noch weitere Zahlen dabei. Denn was viele nicht wissen, wie hat sich denn die Angebotszahl der Immobilien in den letzten zwei Jahren entwickelt? Unser großer Vorteil ist, seit Anfang des Jahres haben wir die plattformübergreifende Immobilien-Suchmaschine Zink-Immo mit an Bord. Das heißt, hier haben wir nicht nur die Immobilienangebote von der einen oder anderen Suchmaschine, sondern wir haben sie alle gebündelt zusammen und haben uns hier im ersten Schritt nochmal angeschaut, wie sich die Anzahl der Immobilienangebote in den letzten anderthalb bis zwei Jahren verändert haben. Haben wir in den ersten Monaten 2022 im Schnitt noch 50.000 Immobilien pro Monat hier gefunden, haben wir im letzten Oktober sogar 200.000 Immobilieninserate in den Veröffentlichungen gesehen. Und das gibt natürlich auch nochmal Aufschluss, wie sich das Immobilienangebot verändert hat. Also es ist ein Stück weit auch der Entwicklung der Baufinanzierungszinsen nachgezogen. Und inzwischen können wir ganz klar sagen, von dem Verkäufermarkt vor der Zinswende haben wir inzwischen einen optimalen Käufermarkt mit vielen Kaufinteressenten aber noch mehr Immobilienangeboten. Und weiter geht es mit Zahlen. Ich hatte es vorhin schon angekündigt, bei Kapitananlagen ist natürlich auch die Mietpreisentwicklung ein ganz wichtiger Punkt. Und ich muss hier ehrlicherweise sagen, die Mietmarktentwicklung hat für mich schon fast einen alarmierenden Effekt. Denn wir sehen hier in der Folie, wie sich einfach die Mieten seit 2017 entwickelt haben. Ja, München ist der totale Ausreißer, wird es aber vermutlich auch immer bleiben. Aber wir sehen einfach eine stetige Mietsteigerung bis Ende 2022. Und seitdem geht es steil bergauf. Woran liegt das Ganze? Wir haben natürlich einfach die Situation, dass immer weniger neu gebaut wird. Das heißt, es fehlt schon mal an Nachschub. Und viele Immobilieninteressierte konnten aufgrund des höheren Zinsniveaus einfach den Traum der eigenen Immobilie nicht mehr erfüllen. Damit haben wir einfach die Situation, dass natürlich auch hier immer mehr Interessenten auf den Mietmarkt ausweichen. Und je weniger Mietwohnungen zur Verfügung stehen und je mehr Nachfrage herrscht, desto höher steigen entsprechend die Preise. Das heißt, für mich ist das eigentlich auch nochmal mehr ein Argument für den Kauf einer Immobilie. Denn die Finanzierung einer eigenen Immobilie hat ganz klar den Vorteil, ich habe dauerhaft feste Finanzierungskosten. Je nachdem, für welchen Zeitraum ich hier meine Zinsbindung festlege, kann ich ganz klar für mich kalkulieren, wie viel ich monatlich ausgeben muss. Gehe ich in den Bereich der Kapitalanlage, habe ich noch den Effekt, dass ich ja über die Jahre auch die Mieteinnahmen noch steigern kann. Also von dem her bleibt ganz klar die Immobilie weiterhin ein ganz wichtiger Bestandteil für die Altersvorsorge, sei es wirklich für sich selbst, um später mit frei wohnen zu können oder tatsächlich, um einfach ein zusätzliches passives Einkommen zu generieren. Und damit sind wir im Grunde auch schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Denn wie ist denn aktuell die Lage bei den KapitalanlegerInnen? Und hier habe ich einfach auch nochmal so zwei Deutschlandkarten dabei. Da braucht es ein bisschen Erklärung dazu, denn irgendwie sehen sie farblich fast ähnlich aus, aber es gibt kleine Unterschiede. Auf der linken Folie sehen wir, wo KapitalanlegerInnen tendenziell investieren. Das heißt, es sind ganz oft Regionen, wo wir einfach sagen können, da lohnt es sich nicht, Immobilien zur Selbstnutzung zu erwerben. Also gehe ich eher in den Bereich der Kapitalanlage. Hier sehen wir auch ganz klar im Norden beispielsweise die typischen Ferienregionen oder auch unten an der deutschen Alpenregion, also tendenziell Immobilien, die eher im Bereich der Ferienvermietung liegen. Die rechte Karte zeigt uns wiederum, wo wohnen KapitalanlegerInnen. Und ja, München hat da doch einen gewissen Fokus. Kann aber auch heißen, dass die KapitalanlegerInnen, die InvestorInnen in München sich doch eher im deutschlandweiten Bereich aufhalten. Und hier mag ich einfach natürlich aufgrund meiner Erfahrung hinsichtlich Kapitalanlagen auch nochmal eine kleine Brücke schlagen. Für die Anfänger, ganz ehrlich, meine Empfehlung, bleiben Sie in Ihrer Region, wo Sie sich gut auskennen und man für sich auch mal ein Gefühl dafür bekommt, möchte ich hier vielleicht sogar selber wohnen oder als Vermieter agieren? Und fangen Sie erst Stück für Stück zu einem späteren Zeitpunkt an, sich dann auf andere deutsche interessante Regionen auszuweiten. Genau. Und an der Stelle macht Brigitte nochmal mit einem Teil weiter, was uns einfach den Vortrag nochmal ein Stück weit abschließen mag. Denn es ist ein Aufruf an Sie, meine Damen, sich mit Immobilien auseinanderzusetzen. Und du, Brigitte, hast nochmal eine Zusammenfassung dabei. Vielen Dank, Franzi, fürs Eintauchen in die Details und für die Hintergrundinformationen. Und genau jetzt kommt genau unser Aufruf, mein Aufruf. Liebe Frauen, trauen Sie sich. Trauen Sie sich mit den wichtigen Fragen, sich mit den wichtigen Fragen zu beschäftigen, auch die richtigen Fragen zu stellen. Was passt zu meiner Lebensplanung? Was will ich mir leisten? Was kann ich mir leisten? Was habe ich für ein Budget? Wie sieht meine Finanzplanung aus? Gibt es berufliche Veränderungen? Wie ist meine Altersvorsorge bisher aufgestellt? Gibt es vielleicht Immobilien, die man vererbt bekommen hat, mit denen man nicht weiß, was man vielleicht langfristig damit tun soll? Bin ich eher der Typ Eigennutzer, Kapitalanleger? Will ich Standort unabhängig wohnen? Viele Fragen. Diese Liste könnte man noch lange weiter fortführen. Gute Nachricht, mit diesen Fragen sind Sie nicht alleine. Es gibt Expertinnen, die Ihnen helfen, diese Fragen zu diskutieren, Fakten zu schaffen, durchzurechnen und auch ganz transparent Ihnen die Möglichkeiten aufzeigen. Unsere Finanzierungsberaterinnen und Finanzierungsberater sind natürlich gerne für Sie da. An der Stelle ein Praxisbeispiel. Nach dem Impulsvortrag kam vor einigen Wochen eine Kollegin auf uns zu, die sich Gedanken dazu macht, eine Immobilie zu kaufen oder nicht. Die Kollegin hat sich diesen Fragen gestellt, hat entschieden, ja, ich möchte eine eigene Immobilie erwerben. Den Finanzierungsantrag haben wir in dieser Woche an die Bank weitergeleitet und diese Kollegin wird in wenigen Wochen in ihre eigene Zwei-Zimmer-Wohnung hier in München ziehen. Zusammenfassend, die Rahmenbedingungen sind gut. Der Zinsmarkt hat in diesem Jahr ein Niveau erreicht, auf dem es deutlich günstiger ist, zu finanzieren, als noch im vergangenen Jahr. Die Darlehensraten haben sich reduziert. Der Immobilienmarkt hat sich eingependelt, Angebot und Nachfrage haben sich angenähert. Es gibt wieder mehr Angebot auf dem Markt und es gibt die Möglichkeit, auch durchaus Kaufpreise zu verhandeln, was vor drei, vier Jahren noch unmöglich gewesen wäre. Es gibt auch Tendenzen dazu, dass wir vielleicht die Talsohle im Immobilienmarkt erreicht haben und Kaufpreise tendenziell wieder steigen können. In diesem Sinne, liebe Frauen, trauen Sie sich ran an die Immobilie.